Pete, Basti, gegen Denise, Toyrapper, Spasti, Hurenkopf. Jetzt werden wie der Opfer vom Bord gejagt, wenn sie sich nicht selbst ausboten. Für Speed der Kapitän der Costa Concordia, mein erster Gegner ist Dennis und der kann große Töne spuken. Töne spuken, aber letztendlich muss auch er in die Röhre gucken. Alles guckt auf mich, dann werd ich mich wohl mal anstrengen. Bei mir geht das auf Knopfdruck, was mich außergewöhnlich macht. Brauchst du Hilfe beim Video? Frag die rosa Randgang. Die vergrößern deinen Kopf, nur dass du das nicht nötig hast. Jetzt wirst du abgezockt, Alter, heul doch. Da wird doch vielleicht ein Wasserkopf kleiner. Nix Feature, doch ich nehm's mit dir in jedem Fall auf. Denn gegen den Kickboss siehst du so wie jeder alt aus. Dennis rappt und die Menge boot. Aber jetzt geht's dem Ende zu. Wer vom Splash findet Dennis gut? Niemand. Na, Dennis gut. Was willst du tun? Mit deinem Gaylord-Look. Gegen die phänomenale Geschwindigkeit meiner Zunge. Was willst du tun? Vielleicht ne Aprilhook, Real Talk. Dann bring Insider in deiner Runde. Dennis hat ne Stalkerin. Echt? Stalkenkind. Deine 15-Jährige, die eben erzählt, dass sie früher geboren ist. Warum, Wuh? Komm, mach die Pussy Platz, sonst will ich sie dir auf den Rücken wie beim Huckepack. Denn aufgrund deiner Katzenhaarallergie kriegst du in diesem Universum keine Muschi an. Ja, und deine Haare machen dich zu schwuli, mein Freund. Ich glaube, Dennis, du wurdest von dem Wookiee gezeugt. Du bist nicht fett, du Labersack. Das liegt wohl an deinem Magerquack. Solltest ruhiger werden auf deine alten Tage. Du hast doch cholerische Ader wie ne Geimblase. Mit nem Durchschweißer, einer Aorta, die aufblätzt, wenn du diesen Zweikampf verloren hast. Hey, Dennis rappt und die Menge wut. Aber jetzt geht's dem Ende zu. Wer vom Splash findet Dennis gut? Niemals. Na, Dennis gut. In deiner Leberzuhose wirst du zum Gelben? Ich will also achten darauf, wie dich der Vollrausch verändert. Wenn ich sag, wir sind auf einer Wellenlänge, bedeutet das, du gehst mir voll auf den Sender. Warum hast du hier mitgemacht? Reicht dir nicht der dritte Platz vom letzten Jahr? Pech gehabt. Und jetzt rächt sich das. Denn ich kam mit einer Mama in der Löffelchenstellung. Verkleidet im Kostüm meines Osterhasen. Wenn es sein muss, 3 plus 3. Kannst du währenddessen weiter mit nem Schwarzenegger Poster schlafen? Denn es verendet an diesem Floh Passagen und wird auf einem Beat Beat echt hart zerfickt. Und mit seinen dicken Oberarmen ist er nach dem Bettel im Rollstuhl. Schnell als ich. Ich bekomme durch einen behinderten Witz. Locker ein paar Internet-Kicks. Fimper dein Chicks, während du Spinner verschwindst. In deinen Zimmerchen sitzt, mit deinem Schimmer von nix. Hast deinen Pimmel geschickt, mit deinem Finger im Griff. Und bei Bildern von Kids kriegst du immer nen Kick. Machst dann unnötigerweise dieses Killergesicht. Besiegst du mich, hast du nicht zum ersten Mal Kinder gefickt. Denn es rappt und die Menge boot. Aber jetzt geht's dem Ende zu. Wer vom Splash findet, denn es gut, denn es gut, denn es gut, denn es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.